Hallo bei den Spielzeugtestern! Wir fahren heute auf die Sommerrodelbahn, aber vorher müssen wir auf die... Fähre! Fähre! Nicht, dass du übel wirst, Schnucki! So, wir warten auf unser Essen. Wir sind nämlich genau zur Mittagszeit hier. Und hier gibt es auch ein Trampolin und andere Dinge zum Spielen. Und es nieselt gerade ein bisschen. Deswegen vertreiben wir uns hier jetzt noch die Zeit und essen erst zum Mittag. Bevor es auf die Sommerrodelbahn geht. Super! Ja, klappt doch aber ganz gut. Gehört das verkniffene Gesicht dazu? Ja, kann ich mir vorstellen. Eine Trampoline gibt es. Hilfe! Und ein Spielplatz. Und jetzt? Kommst du nicht wieder runter? Nein. Ich glaube, die schmeißt dich gleich automatisch runter, die Rolle. Das war jetzt ein kurzer Ausflug zur Sommerrodelbahn, denn wir fahren jetzt wieder nach Hause. Es hört nicht auf zu regnen leider. Und so weit ist es nicht von uns entfernt. Das heißt, wir kommen ein anderes Mal wieder. Und ich denke, das seht ihr jetzt. Es hat aufgehört zu regnen und deswegen sind wir nochmal hierhin gefahren. Ja, wir waren noch nicht ganz wieder zu Hause. Nee, auf dem halben Weg. Naja, wir wollten gerade auf die Fähre und dann haben wir uns den Himmel angeguckt. Moment. So. Und haben gedacht, okay, bevor wir jetzt den ganzen Weg nach Hause fahren, ne? Ja. Drehen wir nochmal um und fahren wieder zur Sommerrodelbahn zurück. Ja. Und ich habe es erst nach fünf Minuten oder so dann erst gecheckt. Gecheckt. Checkt es. Checkt es. Wenn nicht etwas aus der Puste klinge, ist das normal, weil wir hier so einen Berg hochlaufen mussten. Ich wollte euch nur zeigen, dass es hier auch so einen Baumpfad gibt, so zum Klettern. Der ist für Kinder ab sieben und auch für Erwachsene. Der ist nur leider aktuell geschlossen. Hier oben gibt es auch nochmal einen Spielplatz und so ein Dreirad-Go-Kart-Park. Und hier beginnt jetzt die Sommerrodelbahn. Da kommt sie schon. Du warst zu schnell, Schnucki. Was? Du warst zu schnell. Was? Hanna. Ja? Da kommt sie. Zweite Runde beendet. Ja. Super. Gefällt es dir gut? Ja. Und noch eine Runde? Ja. Und noch eine und noch eine und noch eine. Runde Nummer drei beendet. Da um die Ecke steht sogar ein Flugzeug. Und hier ist eine Rutsche. So. Und ein kleines Flugzeug gibt es hier auch. Aber Hanna meinte, das funktioniert ja nicht. Ich sag, ne fliegen tut das nicht. Bei ihr muss das immer alles was können. Je schneller, je höher, desto besser. Wo rutscht die ganz hin? Ich rutsche. Ja, wo kommst du denn dann raus? Ganz unten. Ganz unten? Okay. Dann rutsch. Ach komm, ich rutsche. Und go. Tschüss. Ja. Ja, noch mal. Ja. Nochmal. Willst du nochmal? Ja. Und einen kleinen Wasserpark gibt es auch noch. Und dreh. Mit Schmackes. So, so kleine Boote kann man sich hier auch noch nehmen. Ist alles im Preis inbegriffen. Ach, du musst das mit den Armen betätigen. Okay. Dreh mal um. Und in meine Richtung. Ist es schwer? Hanna? Ja. Musst du arbeiten? Ja. Fahr einmal einen Pudding. Willst du einmal einen Pudding fahren? Ja. Also es gibt hier einige Rutschen. Hanna ist da jetzt irgendwie den Berg hoch. Und versucht dieses Häuschen zu finden, was wir von hier unten sehen können. Und wir gehen jetzt mal hier unten hin, wo sie dann wieder raus kommen müsste. Oh mein Gott. Sie ruft schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist keine Röhrenrutsche. Es ist eine offene Rutsche. Und los. Sie kommt. Auch wenn ich in der Mitte stecken bleibe. Ja, so richtig Turbo ist sie nicht, ne? Ne, ich bleib drin stecken. Wie kommt das? Bleib durch die Hose. Ist das die Hose? Und wenn du die Jacke anziehst und auf der Jacke rutscht? Versuche ich mal. So wie ihr gesehen habt, ist die Rutsche wirklich lahm. Und deswegen legt sich jetzt Hanna die Jacke drunter und versucht es nochmal. Wow. Wow. Heiliger Pippmann. Also mit der Jacke funktioniert es gut, oder? Ja. Mega. Das ist mega schnell. So, Hanna ist jetzt fünfmal die Sommerrodelbahn runtergerutscht. Dann bist du mit diesen Wasser-Ufos gefahren. Ja. Dann bist du verschiedene Rutschen runtergerutscht. Stimmt's? Und die fände ich am schnellsten. Und die, die ihr als letztes gerade gesehen habt, die war Turbo mit der Jacke. Ja. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich fliege raus. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr zwei weitere Videos anschauen. Ich hab schon mal geg Songs frente an euch noch ein Video gefallen. Sesame欄-Eisz und Storfer destroyen. Josen.